Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit einem aus dem Team Pizmeet und Dauergast und fantastischer Liebhaber habe ich gehört, Dalu Kart. Hallo. Hat sich das rumgesprochen, hallo? Ja, das hat sich rumgesprochen. Ja, hat sich da so sexy gesprochen. Meine Mutter ist immer excited. Ja, grüßt ihr immer wieder, Bram. Habe ich vom Urlaub gesagt? Muss ich ja gar nicht, trifft ihr heute Abend auch wieder. Dass das ein guter Liebhaber ist. Dalu, ja. Hast du mit dem Zimmer geteilt? Ich habe mir mit Dalu Zimmer geteilt, der war der beste Zimmergenosse, den ich mir vorstellen konnte. Der hat nämlich immer ein Wohnzimmer geteilt. Hast du nicht eine Nacht in der... Nein, ich habe sehr viele Serien auf ProSieben gesehen, ich dachte gar nicht. Genau, also Dalu hat die Nacht einfach Fernseher an, auf den Couch. Vor allem alles doppelt geguckt, ne, was dann abends kam, dann wird das ja nochmal wiederholen. Anstatt, dass du dir geile Netflix-Serien anguckst. Den Tangle-Blog habe ich dreimal gesehen. Ja. Ja, der kann. Why? Kamen halt drei. Boah, das kann. Ja, aber... Boah, was ein Stahl. Seid doch besser investieren. Sexy Motherfucker. Oh, ich bin grad nicht in Mario-Cup-Modus. Der schwarze Schalke ist schneller. Sepp ist der Auslagsreise. Boah, Peter, wie du den ausgewichen bist. Was ist denn der Mario-Cup-Modus bei dir? Den hörst du gleich noch. Dass man so vernünftig fahren kann. Ah, kann ich sowieso nicht. Okay. Korrekt. Also ich hab grad irgendwie das Gefühl, dass man weiter nach außen driftet. Als wenn du nix kriegst sonst. Ja, gab kein Patch. Ja, kann man mal ein Balance Patch. Er hat ja jetzt einen anderen Wagen genommen, der wohl leichter ist und Christian meint, dann leichter würde man weiter in den Kurven nach außen rufen, was ist. Das ist jetzt scheiße. Das ist natürlich bitter, Peter, ne? Dadurch sind meine drei Roden verschwunden. Hast du an zweiter Stelle einen fucking Blitz bekommen? Nee, ich hatte einen Stern und wurde nicht geblitzt. Oh mein Gott. Alter, ich werd zweimal gefressen von demselben Bram. Ja. Schubidubidu. Was, der hat mich in der Luft getroffen? Seit wann trifft der einen Roter in der Luft? Ja, das machen die ganze Gerne die scheißroten und das ist nicht mal gerade besonders witzig. Seit wann geht denn das? Ja, Peter, ist dein Käse da. Das letzte Runde schon. Boah, man, schon wieder drei Runde. Er macht Käse. Ich hab Münzen bekommen als zweiter in der letzten Runde. Echt jetzt? Find ich fair. Fick mich. Ach komm, da kommt ein Stern angefahren, ja sicher. All dem Luck verhurt mir wieder das Spiel. Und ne Bombe. Welcome to Mario Kart 8. Peter, wo ist das? Nee, Peter, hab ich ganz was Neues. Da, du, nicht mal knapp war das. Das war nicht knapp. Das ist behindert, das ist scheiße, ey. Das war fünf Rode von Bram abgekriegt. Ach, schütte. Mit dem schwarzen Scheiger hätt ich nicht gehabt. Germeke. Ärgerlich. Na, du hast ja keine tausend Roten abgekriegt, Peter. Ja, hab ich nicht. Hast du auch nicht. Jawohl. Du hast tausend Roten abgekriegt. In drei Runden. Das ist so krass, muss ich sagen. Wer hat denn so viele bekommen? 1.000 Rode ist sehr viel Item Luck. Bram. Bram ist ein richtig krasser Mofucker. Hatte nur Rote. Aber durchgehend. Der konnte eigentlich durchgehend schießen. Jede Sekunde ein. Hatte nur Rote. Ach so ein Bug. Er hat die immer nur nach hinten geschossen, der Asch. Ja, mindestens. Also ist ja, ist ja 300 CC, dann geht das natürlich alles schneller. Ach so, ist vorgespult. Wie bei Kit. Kriegst du mehr Item pro Strecke. Ja, 50 CC ist doch. Ja, ja. Da kannst du auch schneller schießen. Weil du fährst ja auch schneller. Schneller schießen kannst du, glaube ich, wirklich. So. Oder? Also die, die. Boah, entweder. Jawohl, der war gut. Guck mal, Alter. Der Kackstart ist echt geil von dem. Schill mich mal in Leben hier. Oh, wir frei. Oh. Oh. Ach, jetzt hat er mich weggekickt. Boah, geil. Jetzt hab ich doch irgendwann geglaubt. Von dem Item. Du sauer. Alter, Mr. Krabs hat mir drei Münzen geglaubt. Geldgierige Hure. War ne Pflanze. Mach dir doch immer. Jetzt krieg ich auch noch kein Item. Schlechte Runde. Ja, das ist ja auch kein Item. Ah, du nutzt mir. Du wolltest doch ein Item haben. Jetzt zum Abschießen. Oh nein. Ach, komm mit dem einen Ding zu verhören. Können wir aufhören mit eurem Feuer da? Echt mal. Jetzt krieg ich ein Item. Jetzt geht es nicht. Ich bin fünfter Platz. Gebt mir was richtig Starkes. Das ist ja einfach mal mit. Ach, Christian. Nee, die Pflanze sagt nein. Ja, du hättest noch ein bisschen Platz machen können. Jetzt erfolgt mich ein Strom. Boah, hast du Glück gehabt, Dalu? Alter, die ist genau auf. Da hab ich gewusst. What the fuck? Von raus, von weinem komm ich her. Oh nein, da kriegt er genau in dem Moment eine Banane. Ich muss ja sagen, es weihnachtet sehr. Nein, nein, nein. Fuck you, Sebastian. Alle überall auf den Tannenspitzen sah ich eigentlich... Goldene Lichtleinblitzen. Ah, golden. Fuck. Was ist denn zum Kotzen? Du tröde dich. Du musstest weg, Jay. Du hattest leider eine Tröde. Ja, eben. Das war mir zu gefährlich. Oh, Mr. Brom, was geht? Oh, ne. Das ist scheiße. Oh, das hat er mit der zweite Mühe kommt. Jetzt hier so kurz vor knapp ist doch echt scheiße. Jetzt krieg ich auch noch kein Item. Und jetzt krieg ich auch noch kein Item. Hier, da kriegst du einen Item. Oh, ne. Du wolltest doch wieder einen Item. Ach, das ist doch jetzt richtig behindert. Ich hab mich so schön nach vorne gekämpft. Mann, yes! Ah, fuck, ey. Du hast echt einen halben Millimeter Platz, ey. Ey, wo ist Peter? Ja, da war nicht viel. Da war nicht viel. Das wurmt den Peter jetzt. Ja, das ist jetzt ein Scheißrennen gewesen. Das find ich krass. Nein, nein. Ich bin da, du. Ich bin ein Arschloch. Lucky, du winkt gleich für dich. Ja, ja, das hättest du wohl gerne. So weit kommt denn nicht, mein Freund. Challenge ist hier, ey. Heute wird rausgehauen. Lass noch warten, Freunde. Lass noch warten. Das denken sich zumindest gerade alle, die eine halbe Stunde brauchen, um ihre Strecken auszuwählen. Ich guck mir das immer an, Peter. Ich guck mir das immer die Menüse weg. Ich guck mir das immer alles an. Alle, jede Strecke guckt sich Bram an. Ja. Falls irgendwas gepatcht wurde und auch an something geändert wurde. Was? An der Strecke. Was? Ja. Von welcher Strecke? Von allen. Wenn es einen Patch gab, muss Bram sich immer wieder neu ankommen. Aber das passiert ja nicht. Doch. Nein. Doch, jede Woche. Das war voll Bullshit. Jede Woche gibt es ein Mario Kart Update. Moment, ab welcher Platzierung klatscht... Der... Komm schon. Vier. 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 Schlecht. Hmhm. Wir sind doch nur noch zwei Rennen, Peter, also... Wie sieht für dich noch Sechster zu werden? Tchuuuuh. Ich krieg den Start, den wir nicht mehr hinlassen, ne? Nein! Ohhhh! Wie kriegst du den ja weggecheckt? Ne. Wird mal leider komplettes Eigenverfüllung. Geile Meister für mich. Dankeschön. Geil, weil ich hab dich ja vorher nie gecheckt. Aber auf den Kappnissen auch. Ja. Schon gefreut. Na ja, komm, gib mir. Du bist ein bisschen weit weg von deinem Mikrofon. Alle haben Sterne und was hab ich? Ein Bummo-Wang. Aber du kannst dreimal schießen. Wir nur einmal. Ja. Wer ist denn erster? Komm, jetzt... Oh. Ja, sicher, Mann! Oh, jetzt schon. Wo ich gerade das Item... Boah, da hab ich ja Glück gehabt. Da hab ich ja Glück gehabt. Alter. Seit ich den Stern hatte. Der Blitz war jetzt richtig bitter gerade. Der war echt bitter. Der war echt bitter. Dadurch hab ich meine erste Position verloren. Ne, ich hab's nicht. gleich wieder. Oh. Haha, beide gefickt. Oh, Mann! Ab nach vorne jetzt. Ab nach vorne. Weg vom Pillar. Ich hab' Peter Lakito klatschen lassen. Oh, ja. Du weißt, wie's geht. Was heißt ab dein Ergebnis? Ja. Alter, was geht? Hier sind alle wohl Pillar. Danke für den Pilz. Ich krieg' Tinte. Oh, die... Ich seh' nix mehr, Alter! Ich auch nicht! Ich seh' nix! Die ist richtig behindert. Oh, Bram hat's mir richtig gefangen. Ja, so, Bam. Alles klar, Peter. Mach mal abgange. Da schießt Rote nach hinten. Was sind das für Ninja-Moots? Wow! Hab' ich zum richtigen Seil vor den Stern bekommen, ey. Hass! Doppelter Hass! Oh, Jay, die Rote hab' geklechtet, Alter. Oh, die Rote! Genau! Gib dir drei hintereinander! Gib dir drei hintereinander! Jawoll, Alter. Vom ersten auf den fünften. Hey, Jay, warte! Da kommt noch! Nein! Und dann! High Five! So eine Scheiße! Da! Die roten Ruhepickel, ey. Dalu High Five! Das war richtig gut! Das war jetzt krass! So ein Witz! So ein Witz, Mama! Jeder bekommt in diesem Spiel auf die Fresse. So Peter kann schon gar nicht mehr Letzter werden. Ja, aber Vierter ist halt eine Chance, ne? Ich glaube, der Vierter hat neun... Ne, wie viel hat der Vierter? Elf Punkte? Ah! Von der Vierter bis klatscht Lakito schneller, hab' ich gehört. Boah, fast nicht! Dann ändert ja nix daran, dass der nicht für dich klatscht! Das ist schlecht! Naja... Komm jetzt die geile Regenbogenstrecke, komm schon! Dann applaudiert der nicht für den Dritter oder Erster bist! Also das ist auch mal was schönes! F-Zero! Oh Dalu! Das ist auch die einfachste Strecke von allen! Zehn hat Jay als auf vierter Stelle! Aber da ist alles drin, Peter! Da ist alles möglich! Der letzte Platz ist halt auch noch drin, ey! Okay! Mit zwei Punkten... Die Strecke kann ihn leider nicht so gut! Aber das schaffst du, Zeb! So Jay ist das Ziel! Jay hast du gerade gesagt, man muss noch mal auffahren! Boah, guck mal, diesmal den Start wenigst geschafft! Ja, das ist doch gerade ausfallen! Kann ich mir gerade ausfahren hier auf der Strecke? Huiiii! Christian, geh weg! Oh nein! Alter, alle drei genau auf das eine Item! Dafür hast du das Item gekriegt! Was? Nutzt die Tröne! Jawoll! Würde ich mir eigentlich auch bewahren! Nee, die musste weg! Nicht gut! War vom zweiten auf den letzten Platz! Oh nee! Komm, gib mir was! Ah, ist gut! Oh nee, du bist schon mal getroffen! Ja, komm! Leute, Aloe, wieso bist du von der Blauen nicht getroffen worden? Ich bin dann vorbeigefahren, Sneaky! Gleich! Das wird nichts mehr! Ich wird zu häufig schon gefickt! Lakitu incoming! Lakitu, such dich, Peter! Der hat voll auf dich abgesehen! Manu, ey! Das ist schon wieder eine Rotze! Ja komm, ey! Oh! Warum bist du denn hingefroren? Warum bist du schnell unterwegs, ey? Warte, stopp! Nein, das war nicht gut! Das war nicht gut! Boah, der weiße Scheiger ist ja viel besser als der Schwarz! Wir müssen rassistisch! Wir müssen rassistisch! Ey, das drei war so schnell! Ja, 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 und jetzt krieg ich wieder eine Rotze ab! Mein Gott! Ja, komm! Und dann ist die vierte schon wieder, ey! In der Runde! Oh nein! Ich ging ja mal warte! Ja, komm, als ob du vier hast! Fünf! Ja, fünf hatte ich! Bestimmt nicht drei oder so! Nicht du! Du! Insgesamt habe ich schon gerade drei! Alter, wo kommen die ganzen Raketen her?! Wollt ihr mich vereinen?! Oh, nee! Das ist doch so ein Scheißspiel! Peter, was ist das? Oh nein, du hast geflogen! War nicht gut! Scheiße! Lucky, du wirst klatschen! Lucky, du wirst nicht klatschen! Du bist ein dritter geworden! Nein, hat er noch einen Piss gekriegt! Oh! So ein Scheißspiel, Mann! Nein, doch nicht dritter! Du gehörst! Hahaha! Lakito will klatschen für Bram, Jay und Sepp! Hahaha! Und nicht für mich! Ja, bei mir ist das... Ich bin Best Friend mit dem! Ja, das stimmt! Ihr kennt euch schon gut! Ich mag den! Er ist ein cooler Dude! Ja, der klatscht ja auch immer für dich! Der ist dafür da, dir ein gutes Gefühl zu geben! In meinen Einer! Ich kann euch klatschen! Der muss den... Der muss den Bronzepokal hinnehmen! Da kann der noch nicht klatschen! Achso, jetzt stimmt! Du bist Lakito! Fuckin krasses Lakito! Irgendwas kann da nicht stimmen! Voll der krasse Twist! Directed by M. Night Shyamalama Dingbum! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Tschüss!